Was ist das denn hier? Soll ich hier mal runter? Ja, mach ich einfach mal. Okay. So. Eine Heiltranke. Ah, wir haben schon zwei Heiltranke. Dann benutze ich davon jetzt einmal einen. Ah. Okay. Was ist das hier? Ah, Jackpoint. Ah, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Hier ist noch alles voll mit Thron. Ich guck mal schnell, wie es da drüben ist. Da geht wahrscheinlich der Weg nach da oben. Wo es aber auch noch Gold gibt. Was wir uns auch holen. Da kann man echt alles aufmachen. Und du hast eine Karte mit dem Weg zum verboten Adgard gefunden. Kann ich die benutzen? Weiß ich nicht. So, gehen wir erstmal hier rein und öffnen die ganzen Thronen. So. Nehme ich alles gerne mit. Skelett? Wo ist das Skelett? Oh, da kommen jetzt ganz viele noch. Was ist das denn? Hä? Sag bloß, ich muss da jetzt rüberspringen. So, geschafft. Ich gehe mal schnell zum... Ich bin hier. Mann, ich kann den Jackpoint nicht mehr aktivieren. Was ist das denn? Hör auf rumzulaufen. Komm. Ich hoffe mal, dass das nicht so eine böse Zauberin... ...die hier vorhin reingelaufen ist. Scheint jetzt aber noch nicht da zu sein, ne? Boah. Boah, schnell. Heitrink. Schnell. Gas. Ist ja, denke ich, verrückt. Boah, das ist aber zu hart. Schnell weg. Na toll, wir haben keinen Heitrank mehr und... ...unser Leben ist auch kaputt. Wir haben zum Glück den Jackpoint aktiviert, dann... ...lassen wir uns mal schnell umbringen. Wir bekommen halt zehn Goldstücke weniger, aber komm. Jetzt müssen wir da aufpassen. Also da gehen die Fässer auf, explodieren oder halt... ...werden gesprengt, weil die dagegen laufen... ...gegenlaufen und da ist schon der erste... Ah, die werden gespeichert. Sehr gut. Na. Komm. Was, unser Leben ist ja... Boah, zum Glück hat der einen Heiltrank. Den brauchen wir jetzt auch, ganz dringend. Wo ist der andere? Wahrscheinlich lungert er da drüben noch irgendwo rum. Ja. Berserker Schläger ist auch gleich kaputt. Ja. Ist auch ein Trank für mich, bitte. Hast du nicht? Na, komm. Blöd, Mann. Ah, hier sind noch lauter Truhen, die ich... ...nicht geöffnet habe. Ich glaube, die Treppe war... ...vorher noch nicht kaputt, ne? So. Komm her. Na, super. Komm. Passt auch nix. Oh, da kommt noch einer. Jetzt bloß treffen. Hey. Bruder Schuss. Ich bin mal gespannt, ob hier oben noch welche sind. Ich glaube, da oben hat ein Bogenschütz drauf gewartet. Naja, gehen wir mal nach draußen. Boah. Was? Komm. Das Gute ist, wenn wir zum Jackpoint kommen, dass dann... ...dass dann trotzdem die ganzen Monster weg sind. Ey, der hat uns aber wirklich getroffen. Bei der Magier müssen wir bloß aufpassen, weil die vergiftet uns ja. So, erster Tod, dann gehen wir mal da lang. Und müssen bei den Magierinnen aufpassen. Da kommen wir anscheinend nicht mehr lang. Blöd. Gut, dass die hier den Weg aufgemacht haben. Na, wo bist du? Komm. Ne? Zerschreckt sie uns gleich, wetten? Da ist er. Oha. Bloß nicht treffen lassen, bloß nicht treffen lassen. Ah, ich hab doch gesagt. Jetzt sind wir vergiftet. Und sterben.